Sie wagt es erst auf der Straße, ihm davon zu sprechen. So wortkarg war Otto an diesem Vormittag. »Wo willst du die Karte hinbringen, Otto?« »Sprich jetzt nicht davon, nicht jetzt auf der Straße.« »Und dann setzt er doch noch widerwillig hinzu. Ich habe mir ein Haus in der Greifswalder Straße ausgesucht.« »Nein, nein, tu das nicht, Otto. Das ist falsch, was du da tun willst.« »Komm«, sagt er böse, »denn sie ist stehen geblieben. Ich sage dir doch nicht hier auf der Straße.« Er geht weiter. Sie folgt ihm und besteht auf ihrem Recht mitzusprechen. »Nicht so in der Nähe unserer Wohnung. Wenn diese Sache denen in die Hände fällt, haben sie gleich einen Fingerzeig über die Gegend. Lass uns bis zum Alex runtergehen.« Er denkt nach, er überlegt. Vielleicht, nein, sicher hat sie recht. Man muss mit allem rechnen. Und doch, dieses plötzliche Umändern seiner Pläne passt ihm nicht recht. Wenn sie jetzt bis zum Alex laufen, wird die Zeit sehr knapp und er muss doch zum Arbeitsbeginn zurechtkommen. Also, ich miljö.